Vyutitta Hasta Padmasana ist der Lotus-Sitz mit stark erhobenen Händen. Vom Sitzen her geht zum Lotus einen Fuß über einen Oberschenkel, den anderen Fuß über den anderen Oberschenkel, gib dann erst die Hände vom Brustkorb zusammen, dann hebe die Arme hoch, Handflächen zusammen. Es gibt noch die Variation, dass du von hier auch noch die Arme nach hinten gibst, und hoch zum Himmel schaust und so eine Rückbeuge machst vom Brustkorb her, natürlich nur so weit, wie du das Gleichgewicht halten kannst. Padmasana heißt Lotus, Utitta heißt aufgerichtet, Vyutitta heißt auf besondere Weise aufgerichtet, Vyutitta Hasta ist die auf besondere Weise aufgerichtete Hände in Padmasana im Lotus.